Yes! Endlich ist es soweit. Confluence Databases ist aus der Beta raus und wir können diesen neuen Inhaltstyp in eurem Confluence nutzen. In diesem Video zeige ich euch, was Confluence Datenbanken sind, wie ihr damit arbeiten könnt, ein paar praktische Beispiele und wie die Zukunft ausschauen könnt. Also lasst uns loslegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich das Wort Datenbanken höre, dann denke ich an meine super techie Kollegen und bekomme schon ganz schön Angst, welche Technologie und wie kombiniere ich diese Daten. Und total kompliziert. Aber in den letzten Jahren hat sich das tatsächlich dank Notion geändert, denn die haben Datenbanken wieder für uns normalos cool gemacht. Denn es ist nichts weiter als eine Tabelle, in der wir strukturiert Daten erfassen können. Und das ist so cool und ich freue mich so, dass es nun endlich auch in Confluence geht. Denn damit bringen wir endlich Ordnung in die Confluence. Denn wenn wir etwas lieben, dann ist es doch Ordnung, oder? Wir kennen uns wieder mit den Inhalten aus. Wir wissen wieder, wo die einzelnen Daten sind. Und alles ist da, wo wir es erwarten. Wie haben wir das bisher in Confluence gemacht? Naja, es gab halt Seiteneigenschaften und Seiteneigenschaften der Richter. Mit all ihren Problemen, wie wir es hier sehen. So zum Beispiel Spalten sind gedoppelt, weil hier zum Beispiel auch zufällig ein Leerzeichen drin ist hinter Bild. Und da nicht. Deshalb haben wir diese Tabelle so ein bisschen unschön. Wir haben zwei Bilderspalten. Und wir mussten immer eine Tabelle auf eine Seite draufpacken, wo wir unsere Sachen gepflegt haben. Und die können manchmal unterschiedlich angeordnet sein. Und wenn wir ohne Vorlagen arbeiten, dann ist es tatsächlich echt nicht so einfach, hier Ordnung reinzubekommen. Dann gab es so schöne Tools wie unsere Metadata für Confluence, das richtig cool ist. Aber jetzt gibt es so etwas Ähnliches auch direkt eingebaut in Confluence, ohne dass wir Drittanbieter-Apps brauchen, nämlich mit Datenbank. Ich zeige euch mal, wie das geht, wie wir eine Datenbank anlegen, ohne dass ihr auch nur irgendwie Angst haben müsst vor diesem komisch-technischen Begriff. So, wir gehen einfach her an die Stelle, wo wir unsere Datenbank setzen wollen, drücken auf das Plus für die Erstellung eines neuen Inhalts und sehen hier auch Datenbanken. Ohne Beta, so wie es sich gehört, wir können Datenbanken ganz normal nutzen. Hier haben wir jetzt unsere Datenbank, da wird typischerweise automatisch immer diese kleine Datenbank erstellt mit dem Feld Text, mit dem Feld Tag und dem Feld Benutzer. Und das gehen wir jetzt einfach mal durch und tragen das ein für unsere Pflanzen. Wir nennen die Datenbank natürlich gleich mal Pflanzen und bearbeiten all diese Werte, weil wir wollen ja unsere Pflanzen durchsortiert haben. Hier haben wir zum Beispiel unser Feld Text, das passt soweit. Ich möchte das aber ein bisschen anpassen. Ich möchte nämlich hier anstatt einem Text, möchte ich einen Seitenlink hinterlegen. Sprich, wir haben für jede unserer Zimmerpflanzen eine Seite hinterlegt und wir möchten auch die Seitenerstellung aktivieren. Dass wir automatisch eine Seite erstellen unter der Seite Pflanzen vom Typ, hier können wir unsere Vorlagen wählen oder einfach den Eintrag auf der Seite anzeigen lassen. Das ist auch tatsächlich so das, was gerade aktuell als Smartlink eingetragen wird. Ich freue mich, wenn es in der Zukunft vielleicht ein bisschen besser geht mit Makros oder so, dass wir es auch auf Vorlagen drauf kriegen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein cooler Einblick, weil so haben wir den Eintrag, den Datenbank Eintrag dieser Seite direkt auf der Seite drauf. Ich zeige euch gleich, was das bedeutet und wir können hier nochmal setzen, dass es ein Standardwert ist oder eine Beschreibung nochmal ausfüllen, die wir dann anzeigen lassen. Oder wir können auch mehrere Seiten notieren. Das reicht jetzt einmal. Hier ändere ich den Namen auch auf Pflanze. Dann haben wir Tags. Tags sind eigentlich nichts weiter als Dropdowns und hier wählen wir jetzt einfach mal Wasserbedarf und bearbeiten wir unsere Werte. Wir haben Tags. Genau, das ist einfach nur ein Inhaltstyp. Tags sind Dropdowns, aber es gibt noch ganz viele weitere, die wir nutzen können. Diese Standardwerte wie Textbild, Zahl, das Veröffentlichungsdatum, die Benutzer oder die Knüpfung, Inhalte zur Seite, zum Beispiel den Seitenlink, den Status der Seite, ein Stichwort oder weitere Seitendetails oder Sachen aus Jira, also einen Vorgang, den wir verlinken und Details dieses Jira-Vorgangs, also einzelne Felder oder andere Werte aus der Datenbank. Das zeige ich euch nachher mal. Bleiben wir mal bei dem Tag, unserem Dropdown. Hier können wir unsere auswählbaren Elemente hinzufügen, zum Beispiel wenig, mittel, viel. Wir können auch den Nutzern erlauben, Tags anzulegen oder dass sie auch mehrere Tags auswählen. Eins reicht bei uns und das lassen wir jetzt einfach mal und gehen zum nächsten Feld, das nennen wir Lichtbedarf. Und auch hier machen wir einen Tag draus, aus dem Ganzen und nehmen dieselben Werte. Und hier können wir natürlich auch die Farben anpassen, viel ist zum Beispiel sehr gelb, mittel ist wenig und ganz wenig nehmen wir zum Beispiel mal grün, äh blau. So, auch hier die Erstellung von Tags, machen wir mal weg und schon haben wir unsere einfache Tabelle hier, aber wir können natürlich noch mehr Sachen hinzufügen und natürlich auch Sachen verbinden wie ein Jira oder ein CSV. Da wird es dann immer schon wieder ein bisschen blödiger. So, drücken wir mal aufs Platz, ergänzen wir noch ein Bild, weil wir hatten ja in den ursprünglichen Seiteneigenschaften noch ein Bild dabei für die einzelne Pflanze und da können wir einfach Bild hinzufügen und Bilder dieser Pflanze hinzufügen. Und schon füllen wir unsere Tabelle aus. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Monstera genau für den Wasserbedarf hatte, da öffne ich die mir in einem neuen Tag. Die hat einen Wasserbedarf hoch und einen Sonnenlichtbedarf mittel. Also stelle ich so ein, wir haben hier eine Monstera, der durchsucht natürlich alle Seiten, gibt es eine Seite Monstera, die gibt es noch nicht, es gibt nur die von Seiteneigenschaften, die erstellen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir hier unten drunter gleich eine Seite erstellt mit Monstera, dann nehmen wir den Wasserbedarf mittel, oder? Hoch, okay, darum geht meine Monstera auch immer ein. Viel und Lichtbedarf war mittel und ein Bild von der Monstera können wir auch hochladen. Ich fülle einfach mal diese Tabelle im Hintergrund ganz schnell aus und mit der Magie von Videobearbeitung sind wir auch gleich fertig. Alright, jetzt ist die Tabelle ausgefüllt und wir haben all unsere Pflanzen hier drin, Monstera, Bogen, Hanf, Gummibaum, Efeutute und den Zermikulas. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, inklusive Bilder und Wasserbedarf und so weiter. Und was können wir jetzt mit diesen Sachen machen? Entweder können wir auf diese Seite draufschauen und hier auch zum Beispiel sehen, wie die Seite ausschauen könnte mit unseren strukturierten Daten hier unten. Und hier könnten wir zum Beispiel unten drunter nochmal weitere Informationen pflegen zu der Seite, die vielleicht nicht in so eine Übersicht gehören, aber damit haben wir schon mal all unsere Informationen aus dieser Datenbank hier ganz strukturiert drin. Was eine super coole Sache ist, oder? Und sobald wir hier etwas ändern, zum Beispiel ändern wir mal den Wasserbedarf in Mittel, das entspricht tatsächlich auch meinen Gießgewohnheiten der Monstera. Dann ändert sich das natürlich auch hier in unserer Pflanzendatenbank. Monstera hat jetzt ein Mittelmittel. So, inklusive Bild und allen Sachen. Aber was können wir hier noch machen? Wir können hier natürlich filtern. Wir können zum Beispiel sagen, hey, bitte zeigen mir nur alle an, deren Lichtbedarf Mittel ist. Dann kann ich mal schauen, okay, das ist tatsächlich nur die Monstera oder die wenig Licht brauchen. Das wäre jetzt die Efeutute und der Zermikolas. Und kann diese Ansichten auch speichern. Dann kann ich hier oben hier zwischen diesen einzelnen Ansichten hin und her wechseln und schnell drauf zurückgreifen. Macht wahrscheinlich bei einem anderen Ding mehr Sinn oder wenn wir noch mehr Einträge haben, aber das ist eine ganz coole Funktion. Wir können hier auch unsere Sortierung ändern. Wir können Felder ein- und ausblenden. Und was total cool ist, wir können das Layout ändern. Wir haben jetzt hier eine Tabelle, eine klassische Datenbank-Tabelle. Wir können es aber auch ändern in Karten. Schon haben wir ganz viele Karten mit diesen Werten. Und ich lösche mal unseren Filter hier. Da haben wir wieder all unsere fünf Sachen, unsere fünf Pflanzen und können hier direkt auch durchschauen. Und haben eine schöne Übersicht über all unsere Karten. Und das finde ich tatsächlich eine super schöne Sicht, gerade wenn auch ein Bild dran ist. Aber es gibt noch mehr. Es gibt natürlich auch Boards. Wir können das auch nach Boards machen, wo wir es nach Wasserbedarf zum Beispiel jetzt kopieren. Und so ganz einfach schauen können, welche wären denn für mich am besten. Also welche mit wenig Wasserbedarf. Also der Bogenhahn oder der Zamikolas wäre ein super Ding hier für mich ins Arbeitszimmer, weil ich vergesse immer zu gießen. Und so habe ich eine Übersicht über all diese Sachen. Das kann natürlich auch ein klassisches Kanban-Wort-statusmäßiges Ding sein. Eine Projektübersicht. All das kann man hier mit diesen Ansichten machen. Und das finde ich tatsächlich super cool. Und diese Datenbanken, die lassen sich natürlich auch auf andere Seiten einbinden. Dann kann ich mir zum Beispiel auch gleich eine Übersicht machen mit allen Pflanzen, die wenig Wasserbedarf haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in der Praxis an. Mit einem praktischeren Beispiel, das ihr und wir wahrscheinlich auch in der Firma nutzen würden. Nämlich für ein QMS. In dem QMS brauchen wir nämlich meistens strukturierte Daten. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Demo für uns aufgebaut, einfach nur mal ein bisschen rumzuspielen. Und hier habe ich zum Beispiel unsere Prozesse abgebildet. Es gibt Kernprozesse, Managementprozesse und Unterstützungsprozesse. So wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir haben hier eine große Tabelle. Und aus der haben wir halt einfach mal rausgezogen, welche Werte für uns in den einzelnen Fällen sinnvoll sind. Also ich habe das Ganze jetzt hier mal so unterteilt. Was auf jeden Fall eine coole Ansicht ist. Wenn wir es ein bisschen weniger grafisch haben wollen, dann können wir hier auch, wie wir es vorhin schon gesehen haben, so ein Board einsetzen, das wir einfach draufpacken und so zum Beispiel nach unseren unterschiedlichen Prozestypen sortieren. Aber euch interessiert wahrscheinlich, was steht denn so in so einer Tabelle drin? Gehen wir mal in unseren QMS-Prozess rein. Hier habe ich jetzt einfach mal Felder festgelegt. Es gibt wie vorhin auch schon diesen Seitentyp mit Prozess. Dann gibt es den Prozestyp. Das sind halt diese Dropdowns. Dann gibt es einen Prozess-Owner. Das ist die Person, die verantwortlich ist für diesen Prozess. Dann gibt es das Prozesteam, also die, die an dem Prozess arbeiten. Dann gibt es einen Status dieser Prozesse, wann sie, die zuletzt aktualisiert worden sind und eine Normzuordnung. Weil am Ende des Tages wollen wir ja all unsere Prozesse oder wenn wir ein QMS-Handbuch entwickeln, eine Norm zuordnen. Und wir müssen ja alle Normen irgendwie abdecken. Damit können wir es ganz einfach überwachen. Hier haben wir eine extra Datenbank, die nennt sich Normkapitel. Und die zeigt uns einfach nur alle Prozesse an, anhand dieser Kapitel. Und schon werden Audits auch zu einem ganz einfachen. Wir können hier durchschauen, zu welchen Kapiteln haben wir denn schon was geschrieben und zu welchen brauchen wir noch was. Und wenn das jemand auditiert, kann er auch direkt diese Prozesse sich anschauen lassen. Eine ganz coole Sache, oder? Das sind einfach solche Backlinks. Das ist auch dieser Typ hier oben. Das ist ganz nett. Oder eine andere Art und Weise, wie wir Datenbanken auch nutzen könnten, ist zum Beispiel in der Produktionsorganisation. Ich hatte, bevor ich bei Comunado war, eine kleine Videoproduktionsfirma. Und habe hier mal so diesen typischen Prozess hier mal abgebildet, wie ich das in einer Tabelle führen würde. Weil wir haben ja unterschiedliche Produktionen. Die haben vielleicht auch Nummern und die wollen wir ja vielleicht Jahre später auch nochmal nachverfolgen. Hier, wenn wir zum Beispiel mit Alpha gesprochen haben, welcher Sprecher waren da zum Beispiel dran? Das kann man hier einfach rausfüllen. Genau, wir haben hier unsere Produktion, wir haben hier unsere Kunden, wir haben hier die Videolänge, in welchen Sprachen das gesprochen ist, welche Sprecher dran waren, Motion Designer, welchen Status das Ganze hat. Und wir haben unsere Jira-Vorgänge dran und wann wir das Ganze abgeschlossen haben. Wir können noch einen Link zu dem Video ergänzen und hier so eine grobe Idee geben, wie das Ganze ausschauen soll. Das ist jetzt diese Datenbank-Tabelle. Was hier tatsächlich auch mit diesen verknüpften Datenbanken ganz cool ist. Wir können hier zum Beispiel auf die Alpha GmbH reingehen und auch sehen, welche anderen Produktionen haben wir denn dafür gemacht. Und können die zum Beispiel auch direkt aufmachen und sehen hier, wir haben ein Social Media Video für Alpha gemacht. Mit einer Länge von 1,25 in diesen Sprachen, mit diesem Sprecher, diesem Motion Designer und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine super Ansicht, um hier durchzukommen. Oder wenn wir auf die Sprecher gehen, wenn wir zum Beispiel einen Sprecher suchen für Deutsch, dann sehen wir zum Beispiel die Anna Schmidt, die kann Deutsch sprechen. Der John Doe, der kann Englisch sprechen. Die Marie Curie, die kann Französisch sprechen und so weiter. Wir haben hier bei den Sprechern halt einfach auch noch eine Spalte drin für unsere Sprache und können das Ganze so miteinander verknüpfen. Und hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir unseren Carlos nehmen, der kann zum Beispiel Spanisch und Portugiesisch sprechen. Also könnten wir den vielleicht für eine Produktion einsetzen, die in diesen Sprachen stattfindet. Super cool, oder? Und wir haben hier jetzt auch noch Jira verknüpft, da können wir jetzt ganz einfach ein Feld aus Jira nehmen. Hier zum Beispiel das abgeschlossene Feld, aber wir können auch irgendwas anderes nehmen. Das sind jetzt einfach hier diese Felder, die wir aus dem Jira haben. Also ganz, ganz viele Felder, was doch ganz nett ist, oder? So, das waren jetzt einfach mal zwei Beispiele, wie wir Datenbanken in der Praxis nutzen können. Über die Nachteile haben wir uns auch schon gesprochen. Wenn wir halt so eine Seite erstellen und die Werte drauf haben wollen, dann müssen wir halt diesen Smart Link hier einpacken. Das dauert manchmal ein bisschen, bis der da ist. Und hier haben wir dann unsere Werte. Da kommt bestimmt auch in Zukunft ein Makro, mit dem wir das Ganze auch auf unsere Vorlagen anlegen können. Aber das ist der aktuelle Stand hier und hier unten drunter haben wir zum Beispiel unseren Skript des Ganzen. Was wir mit den Werten halt noch machen können, ist tatsächlich, das ist eine Sache, die ist gerade noch so ein bisschen in der Zukunft. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel unsere Metadata-App ganz oft mit normaler Workflows genutzt oder Document Management, um zum Beispiel festzulegen, wer eine Seite freigeben kann. Da kommt tatsächlich auch aus diesem QMS-Prozess diese Prozess-Owner her. Weil das ist die Person, die diese Sache in den nächsten Status schieben kann. Da ist mit Datenbanken aktuell noch nicht ganz so viel möglich, aber es wird immer mehr. Und es wird super cool, wenn wir das Ganze hier mit diesem Seitenstatus verknüpfen. Weil ihr wisst ja, in Confluence Cloud kann jede Seite einen Status haben, zum Beispiel den Verified-Status. Dann können wir hier zum Beispiel auch einen anderen Status auswählen, wie in Bearbeitung. Und dann springt diese Seite auch auf der Seite, auf dem Prozess Kundenflüsterer, in den Status in Bearbeitung. Und hier geht der Spaß dann richtig los. Wir können Datenbanken mit Automationen verbinden und ganz viele Sachen automatisch machen. Wollt ihr Datenbanken mal für euren Use Case testen? Dann meldet euch einfach bei mir und wir schauen uns das gemeinsam mit euch an. Und bis dahin, probiert Datenbanken und Bing mal aus und folgt unserem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video.